Trader Workstation Kurz und Knapp erklärt Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Reihe TWS Kurz und Knapp. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie sich die implizite Volatilität auf der Trader Workstation anzeigen können. Dazu habe ich hier beispielhaft einmal die Apple Aktie eingegeben und Sie sehen hier jetzt schon, hier steht die implizite Volatilität Börsenschluss in Prozent. Das bedeutet eben, dass das die implizite Volatilität des vorangegangenen Tagesschlusskurses ist, also mit dem letzten Schlusskurs auch die Volatilität hier. Hier 23,162 Prozent. Ich nehme die hier jetzt nochmal raus. So, jetzt ist die verschwunden und wenn Sie die eben einfügen wollen, Sie kennen das vielleicht aus einem anderen Video, TWS Kurz und Knapp, einfach hier rechts reinklicken und einmal Implizite Volatilität eingeben. Klicken Sie dann auf Implizite Volatilität beim Close und fügen das eben hinzu. Können das hier dann noch entsprechend dahin schieben, wo Sie es eben auch sehen möchten auf Ihrer TWS. Und Sie sehen es hier, ist jetzt für alle meine Positionen hier die implizite Volatilität zum Börsenschluss, also immer die letzte implizite Volatilität des Tages. So, für Apple wieder die 23,162 Prozent. Es gibt jetzt noch eine weitere Möglichkeit, wie man sich das anzeigen lassen kann und zwar direkt auf dem Chart. Da kann man dann eben auch zurückgucken, wie es im zurückliegenden Jahr denn mal war mit den impliziten Volatilitäten. Klicken Sie dazu einfach hier auf den Wert, wo Sie sich das eben anzeigen lassen möchten. In diesem Fall Apple, rechtsklick drauf, Charts und neuer Chart. Ist jetzt auf dem anderen Bildschirm, ich ziehe es Ihnen kurz rüber. Hoppla. So, hier. Und Sie sehen hier den blanken Chart letztlich in der Kerzendarstellung. Klicken Sie dann wieder rechts auf Chart-Parameter. Und dann sehen Sie hier zusätzliche Daten und Funktionen. Klicken Sie, machen Sie einen Haken hier bei Option, implizierte Volatilität. Wieder auf Anwenden, auf OK. Und Sie sehen hier unten, ist die implizite Volatilität dargestellt worden. Ganz rechts sehen Sie es, die uns bekannt vorkommenden 23,812 Prozent. So können Sie jetzt im Prinzip wirklich sehen, wo sind die Volatilitätsspitzen gewesen. Wir hatten hier zum Beispiel im August diesen Jahres, wo es so drastisch nach unten geht. Klar, da ist auch bei Apple die Volatilität enorm nach oben geschossen. Das können Sie hier direkt sehen. Besonders niedrig, Mai, Juni. Da war die Volatilität hier unter 20 Prozent. Das muss jetzt keine Aussagekraft haben, aber Sie sehen es speziell für die Apple-Aktie hier oder jeden anderen Wert, den Sie sich anschauen, wo waren die Volatil-Tiefpunkte, wo waren die Volatil-Hochpunkte. Daraus lässt sich dann ja auch dieser implizite Volatilitätsrang ermitteln. Und das können Sie dann eben sehr schön hier auf dem Chart auf der TWS sich auch mal anschauen. Ein kleiner Tipp zum Abschluss noch. Klicken Sie wieder rechts, Chart-Parameter. Gerade wenn Sie Earnings-Trades machen und auf einen Volat-Crash spekulieren, ist es ja auch recht wichtig, die aktuelle Intraday-Volatilität sich vielleicht anschauen zu können. Und nicht eben nur den Schlusskurs vom Vortag. Dazu können Sie hier bei was anzuzeigen ist klicken und von Handel stellen Sie eben auf Options, implizite Volatilität, machen wieder Anwenden und Sie sehen, der Kerzen-Chart ist verschwunden. Hier wird jetzt gerade nur die implizite Volatilität der Apple-Aktie angezeigt. Und wir sind hier gerade bei 23,181. Ich muss jetzt mal eben schauen, ob das derselbe Stand ist wie hier. Nein, es ist nicht ganz derselbe. Der Schluss war eben hier. Und den aktuellen Volatilitätsstand sehen Sie dann eben über diese Funktion. Zurückstellen wieder, Rechtsklick, Chart-Parameter, statt was anzuzeigen ist, Options, implizite Volatilität, einfach zurück auf Handel, Anwenden und Sie sehen wieder den ganz normalen Chart von Apple. Das soll es für heute gewesen sein. Einmal ein bisschen länger wegen diesem Extra-Tipp. Verzeihen Sie mir das, kurz und knapp also eine Minute länger als sonst. Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017